Ich hasse das Fliegen, die Schlangen, die Menschenmassen, die Verspätungen. Mir hat das irgendwie immer gefallen, sechs Stunden, auf einem Platz ungestört. Ladies and Gentlemen, willkommen an Bord unseres Non-Stop-Fluges von New York nach London. Fliegen Sie viel? Eigentlich die ganze Zeit. Jemand hat gedroht, alle 20 Minuten einen Passagier auf diesem Flug zu töten. Es sei denn, 150 Millionen Dollar werden auf dieses Konto überwiesen. Wir sind mitten über dem Atlantik, voll besetzt. Wie wird er damit durchkommen? Ladies and Gentlemen, ich muss Sie nun bitten, alle die Hände über den Kopf zu nehmen. Das ist kein guter Vorschlag. Und Marshall, wir haben ein Recht darauf zu erfahren, was Sie vor... Agent Marks, das Konto, das Sie uns genannt haben, läuft auf Ihren Namen. Was? Das ergibt keinen Sinn. Da kann was nicht stimmen. Hier geht noch irgendwas anderes vor sich. Das FBI, das Weiße Haus und Interpol bestätigen Berichte, dass ein internationaler Flug von einem Airmarshal entführt wurde. Agent Marks, eine Kampfjet-Eskorte hat Sie im Visier. Können Sie mich verstehen? Uns läuft die Zeit davon. Können Sie das verstehen? Ich entführe dieses Flugzeug nicht! Ich will es retten! Was passiert jetzt? Festhalten. Warte, was? Game! Warte, warte! Warte, warte! Wie soll ich verm 1945Feld kommen? then wir kommen?